Ja, und wenn es nicht klappt, muss man auch immer versuchen, was zu machen. Und da ist die Chance für Mein Schein. Top-Möglichkeit für München, wieder in Drast. Eisenschmidt, Eisenschmidt, durch! Erstes Finaltor, Markus Eisenschmidt, sein achtes in diesen Playoffs. Mit Geschwindigkeit von hinten heraus. Wunderschönes Tor. Beul, hat wie Platz? Und Tor! Ein Ex-Mannheimer macht's in Mannheim. Frankie Mauer. Dann ist Mauer da in der Mitte. Frey, kein direkter Gegenspieler. Er fälscht ab. Siegt Tor für München. Seidenberg und das Wolf mit seinem gefürchteten One-Timer. Elis nochmal. Super Pass, Tor durch Patrick Hager. Also für mich gehören 75 Prozent dieses Tors, Yasin Elis. Denn ich glaube, mindestens 75 Prozent aller Stürmer hätten selber geschossen. Und nicht da im Rücken noch Patrick Hager gesehen. Mauer. Seidenberg. Bede Pass zu Tosling kommt jetzt. Klasse Save von Endras. Wow. Im Spagat. Ganz aggressiv Richtung Scheibe Endras. Oh, starker Pass über Bande. Look at it. Zwei auf eins. Endras. Wow. Abgelegt. Und Save von Danny Austin Birken. Der Save von Austin Birken. Hervorragende Szene. Ben Smith. Oh, Smith. Zwei zu Null. Mannheim mit Doppelschlag. Ben Smith, starke Einzelaktion. Geht jetzt nach vorne. Entscheidend. Die Scheibe rollt zwar. Kurzes Eck. Perfekt oben reingesetzt. Jetzt damit gehen wir rein. Die Mannheimer in den dunkelblauen Trikots gleich mit der ersten Chance. Und Plachter macht das. 1 zu 0 nach fünf Sekunden. Was für ein Start. Bulli, der Öffnungsbulli wohlgemerkt. Bulli gewonnen. Station aber dann. Boyle zu offensiv. Wolf schnappt sich die Scheibe. Querpass auf Plachter. Und dass dann dieser Schuss genial ist, brauchen wir auch nicht drüber reden. Pesterling. Pesterling. Coloric. Und dann so ein Save von Danny aus dem Birken. Spektakulär. Pesterling. Und da ist das Tor. Da ist die Entscheidung. Da ist die Meisterschaft. Thomas Larkin in Overtime. Der Mannheim 2019 zur Meisterschaft schießt.